komm her lass dich snacken lieber propageifisch wartet ok ich muss doch mal schnell was gucken komm her, ihr werdet alle weggesnackt ok so kann ich sie betäuben mit der rechten Maustaste komm her, komm her, da ich snack euch alle weg so, wen von euch darf ich... ok komm her, komm her, komm her, da schneid ok ok, so nah scheinbar kommt her, ich muss euch alle... ähm, alter, weggesnackt oh, das war aber ne kleine Schildkröte nicht abhauen ok, da habe ich mich gerade... äh, ja das war komisch hm, 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 das kann ich hier machen ok, ich hätte es auch weißen können, das Gitter aber, oh, ich bin geflohen ich bin im Meer komm her, komm her, ich snick euch alle... wiii komm her, ich snick euch alle... aah das ist ein ungezähmtes Reichfleisch und dann, was die 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 Okay, da kann ich einfach mal nicht rüberspielen. Oh, ich muss euch snacken. Oh, das war eine Nullnummer. Dann beiß ich das Fischerboot, man. Ah, ich werde euch fressen. Oh Gott, ich bin nur ein Monster. Oh, da ist auch noch ein Snack. Naja, ich kann ja immer wieder was nachlegen. Oh, mein Gott. Alter. Hallo. Oh nein. Erforderlich älteres Tier. Okay. Wie geil. Äh, halte auf ein Objekt. Okay. Dann suchen wir erstmal ein Objekt. Wo haben wir ein schönes Objekt. Da unten. Achter. Ey, wer da ist hier. Komm her. Oh mein Gott. Ah, erstmal muss ich euch beiden weg snacken. Tut mir leid. Okay, also ich kann mir dieses Objekt snacken. So. Und dann kann ich ihm eine verpassen mit meinem Schwanz. Nicey. Okay. Okay, jetzt springen wir mal da rüber. Terror in der Bucht. Töte. Strandurlauber. Okay. Da hinten ist der Strand. Das tut mir leid. Bist du es stehen mit einem? Oh nein Okay, ich bin in der falschen Bucht Dann snacke ich halt die da hinten Ist das geil Ist das geil Aber erstmal müssen wir uns noch diesen Drücke L, um das Lock anzuzeigen Okay Oh ja Hallo Hallo So, wir snacken mal hier unten Alter Okay Okay Werden wir unsere Mission Oh Ich will doch nicht auf den Strand springen Alter, ich richte hier ein richtiges Blutbad an, Mann Oh nein das für einen Hei recht ungewöhnlich ist. Diese Hei brauchen mal einen Klotz auf die Schnauze, schnapp ihn dir, Jack! Vorziehen, sind natürlich höher gelegen Orte wie Bozig mit einem Springer aus dem Wasser und reißen Menschen überhaupt da runter. Und den zweiten Schub erhalten, okay. Erstmal fresse ich den Taucher auf. Keine Ahnung, wie geht es dir denn so? Au! Au, willst du mich in Ruhe lassen, du? Du bist dich! Ah, ich muss erstmal zwischenzeitlich... Oh, eine Robbe! Erstmal wieder ein bisschen Energie tanken. So! So! Mmh! Lecker! Taucher! So, wo haben wir denn hier was zum Snacken? Ey, diese Robbe da, die kommt mir ja wieder gelegen. So, jetzt brauche ich mal so ein Boot hier, wo ist so ein Boot? So! So! выб wrestling mit einem Dumm oder dem So! Und das ist ja so, wie geht es! So! 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 Ai, ai, ai. So, nochmal. Boot Nummer 3 wird jetzt erstmal dran glauben müssen. Komm her. Na ja, weh. Oh nein, ich bin weg. Skullipid, geh weg! Oh mein Gott, das ist so brutal. Geh weg! Unfair. Nicht der, den ich gesucht habe. Na toll. Du Schwein! Oh. Was? Bin ich etwa so ein kleiner... Kleiner Babyhai? Ja, beiß ihn! Ha, du hast es verdient. Haha. Wer hat dir den Arm abgeknabbert? Ja. Wo ist das nochmal? Morpf. Je conflictfl insulin, ich habe auch immer gefunden? Es geht es. Ja. Wie steht der Frisch auf. Furcht rein und straut einfach. Tja, dann bin ich wohl auch der Baby halt. Oh, da ist ne Hand. Darf ich die auch fressen? Darf ich die fressen? Bitte. Ah ja. Okay, ich snack erst mal ein paar ganz kleine Schildkröten. Auf jeden Fall ganz... Oh, was ist das? Ja, definitiv. Mann, ey. Ich bin aber ein Mikrohai. Naja, das sind ja alles nur Level 1. Hier, was war das? Komm her, du kleine Mikroschildkröte. Oh, was war das? Oh, was ist das denn finde? Der Seewolf behält alles genau im Aufhung, weil die müsste ich um Nahrung handeln könnte. Ich war hier also mal den Nährstoff anschließend. Okay, dann werde ich die jetzt erst mal suchen. Oh, ich werde das mal ein paar Schildkröten zenecken. Na, Junge? Ich muss wachsen. Okay, ich wachse und nebenbei schon mal schnell zur Grotte geflitzt, wo sie auch immer sein mag. Oh, was ist hier los? Oh, ist hier abgespaced. Nur hier in der Grotte kann das Haiweibchen die absolute Ausgeglichenheit tief in seiner Seele erfahren. Ist das abgespaced hier? Drücke in der Grotte. I für Evolution. Okay, Organ. So ein Nährstoff. Das ist draußen, die beim Verzehr von Tieren und Menschen dabei... Okay. Was können wir hier noch machen? Nicht. Nicht. Hier können wir unseren Hai tunen. Ich bin 1,1 Meter groß. Was? Okay. Was ist das? Was ist das? Was ist das? oder nicht mehr zu verfolgen okay was haben wir hier für eine aufgabe blablabla abgeschlossen story ich schaffe für eine populationskontrolle okay sammelobjekte welsfieber was ist das tötet zehn wälze das kann jetzt nicht so schwer sein umher kommt her ihr wälze ich muss euch naschen sacken fisch so akunt eben auszuweichen okay was kann ich denn hier machen es sind für eine röser knechter na alter okay ich brauche immer noch zehn welse da hinten das sind wirklich garstige viecher naja wer hat dich weggezappelt jetzt schnapp ich mir schon mal schnell zehn wälder aua aua ein fucking krokodil verpiss ich alter wie soll ich denn mit einem krokodil wird das aufnehmen verarsche aber das ja noch eins zwei krokodile hier verpiss die sind immer noch unterhalten hier alles was wollt ihr geht weg ihr seid aber auch bösartig was stimmt denn nicht mit euch mit einem fleisch ich brauche ein bisschen energie geht weg kann ich mich nicht vor den verstecken scheinbar nicht alter die sind voll garstig geht weg geht weg was dem örtlichen rügel ich würde mich jetzt gerne vor rosie dem alligator verstecken so was ist das für ein geschäft zeigen die aufgabe werde ich verfolgen au ihr seid echt böse mann ich bin level zwei irgendwann fresse ich euch das ist euch klar ne warum so gibt es hier auch eine map ok es gibt auch eine map dummdi dummdi dumm was war denn das schon wieder zappel 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 blut und sich ich will ihn schnappen mal wer will sich von mir nicht schnappen lassen was bist du denn ein kleiner bodyguard oder was blut 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 Junge Weggesnackt Oh, was ist denn das? Okay Komm her Gib mir was Gib mir dein Fleisch Ich will ein großer, starker Hai werden Damit ich auch Irgendwann diese verdammten Schildkröten Äh Alligatoren snacken kann Oh, was ist das denn da? Okay Da kann ich definitiv noch nicht hochspringen Okay Da fehlt mir dann doch noch einiges So, dann gucken wir mal Was können wir noch für eine Aufgabe erledigen Ein Pfund Fleisch Haben wir schon, haben wir schon, haben wir schon Haben wir schon Was ist das? Oh Sammelobjekte So Okay Dann werde ich einfach mal ein bisschen Oh Alter Was bin ich denn für komische Heimat Was war es? Was, 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 was Wo ist mein, wo ist mein Nummernschild? Nein Ich hätte wohl leichten Luft mangel Also ich habe einen Nummernschild eingesammelt Aber Naja Ich werde das mal weiter flitzen Was sagt denn die Map? So Was haben wir hier? Wir verfolgen das mal Wo ist es? So Was haben wir denn hier? Schönes im Wasser drinnen Zuwörtlich Okay Und warum sollte hier ein Drehstöpsel in einem Teich sein? Mal verarschen So Was wird denn der Lock? Ein schlechter Sonstell Letztenkampf Okay Öff machen wir das Dann gehen wir auf Map Wo bin ich? Wo bin ich? Da bin ich Da ist das Was ich nicht kriege Hier ist die Grotte Was ist das? Wir verfolgen mal das So Wo ist es denn? Hier ist es 100 Draschmeter In die Richtung Oh Ah ja So Das wäre fast mein Leben gewesen Also Hier ist irgendwas Aber ich komme nicht ran Okay Dann lassen wir es einfach mal Dann werde ich jetzt mal hier hinschwimmen Tee Was ist das? Da ist es Was ist denn da? Dum 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 Was versteckt sich denn hier unten? Okay Komm her Ich werde Das kann man so aber nicht sagen So Was haben wir hier denn? Streift umher wie die meisten Alligatoren Zerstöre das Ziel Alter Ich schaffe doch kein Alligator Obwohl Ich werde es versuchen Warum auch nicht? Stopp Wo ist jetzt mein Ziel? Ich habe es doch markiert Ah ok Es sieht so aus Ui Ui Die sind aber auch mega aggressiv Die Dinger Warum seid ihr eigentlich so aggressive Jungs Die sind Level 1 Und wollen mich Beißen hier Was Oh Gott Du bist aber auch ein böser Alligator Junge Jetzt reicht es mir Alter Ich fress dich jetzt auf hier Komm her Komm her Komm her Alter Könntest du mal nicht so nah unter der Wasseroberfläche schwimmen? Oh Junge Jetzt habe ich dich Oh lecker 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 Oh du warst gut Junge Alter Was schlimmer ist Ich muss dagegen noch einen kämpfen Da hinten irgendwo Das war schon fast anstrengend Okay Zackenbarsch Da ist er Alter Das ist ein Level 15 Alligator Da mache ich überhaupt keinen Schaden Lass mich in Ruhe Okay Oh ich muss erstmal was lecken Oh Hier gibt es nichts Komm her Zackenbarsch Uuuhh Uuuuhh Alter Alter Der hat da mir einen Flossenschlag verpasst Wo ist er der Arsch? Gejagt der Alligator Komm her Alter Hat er einen nach Hat er aber auch einen nachgesetzt Der Schweinehund Der mit noch einen Alligator Nein Komm her Schildkröte Ich bin ich in der Nähe von der Grotte Okay ich gehe erstmal hier hin Ich muss mich erstmal ein bisschen tunen Weil ich bin echt ein bisschen schwach Um mich mit einem Level 15 Alligator anzulegen Der ist ganz schön garstig So ab in die Grotte Okay das ist schon besser Was haben wir denn noch? Kiefer Wir haben aber leider nichts anderes mehr Schadenswertung Alter wir sind total schwach Hm wir sind immer noch sehr klein Wir werden trotzdem Versuchen weiterhin Diesen bösartigen Alligator zu killen Das wollen wir doch jetzt noch schaffen oder Komm her Komm her Mr. Alligator Ist doch wenigstens nur noch angeschlagen Bitte Schwein Schwein Hören sie auf mich zu beißen Er hat sich ja auch wieder aufgepowert Jetzt müssen wir uns erstmal was zu snacken suchen Ein paar geile Schildkröten gehen immer Und jetzt hacken wir ihn von hinten rein Ah Ah killingsther Okay, jetzt kann ich nämlich auch den Flossenschlag, den ich vorher nicht konnte. Uh! Böser Alligator, gehen sie! Er will mich töten. Oh mann, die haben nicht genug Nervwert, die Dinger. So, zerstöre das Ziel, ja, würde ich ja gerne, aber das Ziel ist garstig stark. Oh, 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 der ist aber garstig stark. Uh! Kommt her, kommt her, ihr Schildkröten, ich brauche euch. Alter, was ist los? Huh! Huh! Oh! 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 Okay. Okay, okay. Jetzt schnappen wir uns den liebreizenden... Ey, wo ist er denn jetzt? Mäh! Oh nein, er ist hinter mir. Jetzt holen wir ihn uns. Huya! Huya! Da müsste er sein, irgendwo. Oh, komm her. Gejagter Alligator, der hätte auch schon wieder was gesnackt. Alter, hat er mir einen verpasst. Nein, er hat mich zu getötet. Der 40-jährige, die Alligatorenangriffe nur mit einem Goldschläger bewaffnet... ... 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 Junge, ich beiß dir in den Schwanz, Alter. Ich beiß dir in den Schwanz. Wer ist deine Mami, Junge? Wer ist deine Mami? Au, au, oh, dumm. Ein kleiner Flossenschlag gefällig, du Hund. Mal wieder, au. Alter, jau. Jetzt hat er mir einen kleinen Flossenschlag verpasst. Kommt her. Okay, Flossenschlag ist ziemlich geil. Aua. Dann darf ich mich halt nur mit Sahnen nicht erwischen, weil der hämmert. Damit, ich bin in der Sackgasse. Ich brauche einen Fisch. Ich brauche ganz ringt einen Fisch. Nein, ich brauche ganz ringt einen Fisch, der sich nicht wehrt. Oh, er verfolgt mich. Schildkröten haben einfach nicht genug Nährwert. Komm her, du Zackenbarsch. Ah, Zackenbarschen sind gut. So, wo ist er denn jetzt? Jetzt habe ich wieder ein bisschen die Orientierung verloren. M. Wieder hinter mir. Hm. In diesem Gewässer, also hier hat man nicht so wirklich viele Anhaltspunkte, wo man gerade ist. Komm her, jetzt kriegt er direkt, jetzt will ich ihm direkt in Orange beißen. Alter. Ui. Alter. Ich habe mich schon wieder einen verpasst. Ah, Junge. Wer hat dich gefressen? Wer hat dich gefressen? Oh, gib mir dein Fleisch, Alligator. Yeah, nice. Sehr schön. So, Alligator getötet. Ah, was ist ein Erfolgserlebnis. So, was ist mein nächster, meine nächste Aufgabe? Ah, da werden wir jetzt mal hinflitzen. Wo müssen wir hin? Da hinten, ich bin ein glücklicher, kleiner, kleiner, hungriger Hai. Okay. Ah, dammit, da komme ich nicht durch. Huh. Böse Alligator. Äh, wo muss ich hin? Okay, da komme ich her. Was ist das? Was ist das? Schweiß es nicht. Naja, ich hole mir erst mal das hier. Nee, erst mal das hier. Tee verfolgen. Tee verfolgen, sage ich. Wird wir auch groß und stark werden. Und auch irgendwann nicht mehr in so einem Tümpel hier rumschwimmen müssen, sondern... Was war denn das für ein garstiger Fisch hier? Hüi! Uiii! Aaaaaaaaaaaaaaah Ha ha Okay, Alter, ich will nicht in diesem schlammigen See hier schwimmen Wo ist das? Okay, das ist definitiv zu hoch Da komme ich noch nicht hin Dann flitzen wir mal dahin So, zerstöre das Ziel Oh Gott Was ist das hier denn? Oh Was erfolgt mich denn da? Oh, überall Alligatoren hier, verpisst euch Wo ist mein Ziel? Okay, ich muss hier rumschwimmen Oh, da vorne ist wieder ein Alligator Geh weg So Oh, Alter, den Oh, da vorne flitzen wir jetzt hier hin Los geht's Oh, bitte kein Alligator Die sind mir zu Ah So Zwei Alligatoren Ne, ich hab keinen Bock auf Alligatoren, Jungs Was haben wir hier? Okay, da kommt noch einer Ah 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 Müssen wir leider noch ein Zackenball gönnen Oh, der Alligator hat was, gar kein Schaden genommen Noch ein gejagter Alligator Level 15, das ist so unfair. Wenn der zweite da nicht wäre, dann wäre das alles ein bisschen einfacher. Ich werde mir erstmal den hinteren, ich kann den hinteren nicht snacken. Ich möchte noch einen haben, bitte. Okay, jetzt muss ich gehen, da kommt nämlich der zweite. Aber da kommt noch einer, dammit! Geh weg. 400 Millionen Jahre Evolution von einem zukünftigen Koffer gefressen. Es waren zwei Koffer und ich musste mich... Okay, warte, ich flitze jetzt erstmal hier und hole mir die Kiste. Tee. Ich wurde von einem Koffer genascht. Das war aber auch ein brutaler Koffer. Das muss man ja auch dazu sagen. Okay, hole ich mir jetzt erstmal das hier. Oh, ist es, wo ist es, da hinten ist es. Boah. Okay, ich schwimm mal lieber... Ah, außenrum. Wieder ein Alligator. Bissig. 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 So. Oh Mann. Meine auszeichnende Völlerei. Sonst necke ich mir noch den hier. Oh ja. Okay, da vorne haben wir unseren gejagten Alligatoren. Aua. Genau das wollte ich eigentlich vermeiden. Aua. 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 Hey, kommt her. Zackenbarsch. Du bist genau der richtige Snack um hier. Aua. So, wo ist mein, mein Friend der Alligator, da ist er. Hier bin ich ihm begegnet. Okay. Nein. Oh, viel Schaden, viel Schaden. Aua. Puh. Mr. Alligator, das war nicht nett. Ah, er kommt immer noch. Mr. Wels, komm her. Uh. So, jetzt brauchen wir nicht mehr viel. So, mein Freund, die Jagd kann weitergehen. Warte mal, dem kleinen hier nehme ich noch mit. So, und jetzt aber, hat er mir aber auch einen verpoolt, der Typ. Oh, er hat sich wieder komplett aufgepowert. Oh, er ist überhaupt nicht schwer verletzt. Ich bin schwer verletzt. Achso, ich bin ja der Heil. Oh mein Gott. Dammit. Du bist aber auch ein Biest, Mann. Das sah vorher so gut aus. Scheiße, Mann. Ich hatte ihm so viel abgezogen. Okay. Okay, Schildkräuter kommen her und dann hacken wir ihn weg. Hat er schon wieder volle Energie? Hat er schon wieder... Okay, ich mach erstmal einen Abgang hier. Wir werden uns mal aufmachen, so Richtung Grotte. Wir sind doch noch ein bisschen zu klein für den. Machen echt zu wenig Schaden, aber wir machen eigentlich fast gar nichts an Schaden. Oh, ho, 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 ho. Oh, ho, 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 ho. Hui, ich bin ein Hai an Land. So. Gibt es hier zur Grotte hier lang? Der Selbstliebe, uuh. Organ. Was haben wir denn hier? Äh, verbessern. Ah, okay. Wir können das auch noch fortgeschrittenes Sonar verbessern. Mit 2000 Dings. Verbessern. So. Jetzt mit 8000 irgendwas. Okay. Teenager einsammeln. Jetzt nehmen wir halt von EP um, Mann. Okay. Okay. Was war das hier denn? Ich hab das schon alles erfüllt. Ja, machen wir hier mal weiter. Würde ich sagen. Wie spät ist es? 5 Uhr 6. Nice. Ich muss gleich zur Arbeit. Und ich bin gar nicht müde. hier. Was gibt's Besseres als vor der Arbeit nochmal Hardcore zappen? Wozu braucht man auch Schlaf? Okay. Das war der... Das war der Wrong Way, würde ich sagen. So. Was ist das hier? 90 Meter. Kann ich hier rüber? Oh nein. Was ist das denn? Eine Krokodil-Anbieter-Figur-Whatever? Meine Uhr wäre wohl kaum das seltsamste, das je aus einem Krokodil-Maul geborgen wurde. Okay. Und was ist jetzt mein Job? Tee, verfolgen. Besuche die Grotte von Dead Horse Lake. Where is die Grotte von Dead Horse Lake? Okay. Oh nein. Glückwunnen. Hmmmm... Okay, ich glaube, ich bin auf dem richtigen Weg. Hm, wie ich da hinkomme, weiß ich noch nicht so genau. Oh, da. In welchem Bereich bin ich denn jetzt? Oh, in dem nächsten Bereich schwimmen wir. Schön. Was schwimmt hier denn alles rum? Okay, interessant. Na komm schon, wo ist die Grotte? Oh, geil. Oh, ist das eklig hier. Ist ganz schön vergiftet hier alles. Äh, äh. Okay. Dann springen wir hier einfach rüber. Oder auch nicht einfach. Das ist hier echt eklig. Dieser See ist so, so derbst vergiftet. Der Künstler hat 16 Jahre gebraucht, diese Skulptur aus Müll, der aus dem See gefischt wurde, zu bauen. Nur damit sie später von berauschten Einwohnern wieder zurück in den See gebrochen wird. Junge, was ist denn mit dieser Welt passiert? Okay, hier geht's in die Grotte. Aber natürlich doch. Aber meine Grotte da hinten ist wesentlich schöner. Atommüll. So, können wir irgendwas machen? Wir können leider nichts verbessern. Wir sind einfach nur in dieser hässlichen Müllgrotte. Äh, so, was haben wir denn hier? Atommüll. Viele Zackmosche haben sich einfach nur versammelt. Vielleicht angezogen. Durch eine nahezu endlose Versorgung an schwach radioaktivem Abfall. Ach, du Schande. Okay. Ab geht's. Zackenbarsche töten. Hui. 400 Meter in die Richtung. Los geht's. Hoppdi hopp. Oh, ist das ein mülliger See. Geh weg. Da holt man sich doch irgendwelche Krankheiten. Ich bin ein ziemlich sensibler Hai. Hui. Was geil ist, dass die Straßenbeleuchtung einfach mal unter Wasser leuchtet. Aus welchem Grund auch immer. Okay. Jetzt bin ich immer verwirrt. Ich muss da irgendwie hinkommen. Ähm, da bin ich. Da muss ich hin. Wo ist denn hier der kürzeste Weg? Boah, ich werde sterben. Was soll das? Alter, das ist so unfair. Oh nein. Dammit. Töte 10 Zackenbarsche. Am Arsch. Respawn. Okay. Dann machen wir gleich noch 10 Zackenbarsche. permitust. Verstehung. Oh nein. Dschüss. Und überwalt. Aber das ist so unfair. So vieles. Aber der Kugel. Aber der Kugel.